Die Packers bei den 49ers. Sonntagmorgen von Samstag auf Sonntagnacht, 2.15 Uhr. Wieder geiles Broadcasting-Team. Kevin Burkhardt, Greg Olsen. Also wie gesagt, da können wir uns dieses Wochenende, am besten Football-Wochenende des gesamten Jahres, auf einiges gefasst machen. Ansonsten, wir haben da jetzt nicht irgendwie so großartige, krasse Match-Ups, aber ich würde trotzdem vielleicht mit den Quarterbacks anfangen. Also Jordan Love, 157,2er Rating, also kurz vor Perfect gegen Purdy Power, der jetzt ein paar Wochen Pause gehabt hat. Also da wäre meine erste Frage auch wieder, ist das mit der Pause gut, vor allem für jemanden wie Purdy? Oder, also wen siehst du straight beim Quarterback-Battle quasi vorne, also wenn wir da mal mit einsteigen oder ich da mit einsteigen darf? Also so die Hot Hand, sage ich jetzt mal, die hat auf jeden Fall Jordan Love. Da braucht man sich gar nicht drüber unterhalten, du hast es gerade schon angesprochen. Fast ein Perfect-Passer-Rating geworfen, hat den Upset geschafft und hat die Cowboys auswärts geschlagen. Das sind schon echt krasse Geschichten. Aber man darf halt auch nicht vergessen, was Purdy die Saison über geleistet hat. Die zweitmeisten Passing-Yards in dieser Saison, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue, geworfen. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass er mit Kyle Shanahan jemanden hat, der eben auch einer ist, der seine Jungs und sein Team unfassbar gut vorbereiten kann, der in Sachen Gameplanning einfach eine absolute Koryphäe ist, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist so, diese Verletzung oder beziehungsweise diese Pause, Verletzung war ja gar nicht, die Pause, die hilft dann, glaube ich, auch echt nochmal so ein bisschen um deine, ja, Wehwehchen, die du halt einfach, ist doch klar, das kommt in so einer Saison, dass du die ein bisschen besser auskurieren kannst. Andere sagen dann, ja, okay, aber dann hast du die anderen, die sind eben durchgespielt, die sind eingespielt, aber die werden sich ja trotzdem auch intensiv darauf vorbereitet haben. Also von daher, ein spannendes Matchup. Ich glaube, es gab kein Team, bei dem wir über die gesamte Saison und auch vorher, gut, auch aus dem Wissen der letzten Saison heraus, gesagt haben, hoffentlich bleiben die mal healthy. Da wollen wir mal sehen, wie weit die kommen, wenn die healthy bleiben. Jetzt sind sie mehr oder weniger zu 85, 90 Prozent komplett healthy geliebt. Und sie stehen genau da, was wir mit dem Coach und mit dem Material, was sie da am Start haben, gedacht hätten, wo sie stehen. Also ich habe mal einmal, ich bin durch Zufall drüber gestolpert, Purdy ist der fünfte Player überhaupt, der acht Spiele mit einem 120 oder besser QB-Rating gemacht hat. Also wir können uns an Remo erinnern in den letzten Wochen von wegen Purdy gleich MVP und dieses, jenes und welches. Und System Quarterback spielt alles keine Rolle. Auf Goff kommen wir auch später noch, von wegen System und nur so gut, wie er hochgecoacht wird. Aber also ich finde es schon ein ziemlich geiles Matchup bei den Quarterbacks. Und Jordan Love, weil du gerade bei System warst von Shanahan, ich glaube, und auf die Coaches können wir gleich auch nochmal kommen, weil die kennen sich ja auch relativ gut. Ich glaube, LeFleur steht, was dieses Upscheming oder überhaupt Taktische dahinter angeht, seinem, ja kann man sagen, Mentor oder zumindest dicken Buddy, Shani, in nix nach. Und davon profitiert eben halt auch Jordan Love komplett. Deswegen, ich freue mich, auch wenn es kein wirkliches direktes Quarterback-Duell ist, ich freue mich bei dem Matchup vor allen Dingen auf die beiden Quarterbacks, weil die nämlich extrem gut, gut Jordan Love nur die zweite Hälfte, aber gefühlt auf Top 5 oder Top 7 Level performt haben. Und deswegen, schon allein deswegen ist es geil, dass die Packers in den Playoffs sind, weil mit dem Quarterback und der Leistung sie es einfach in den letzten 6 Wochen oder 8 Wochen komplett verdient haben, mit eben auch einem Sieg über Dallas, die komplett abgestunken haben. Ja, ganz genau. Was ich bei San Francisco, also auch da nochmal, wir hatten das bei dem Ravens-Matchup gegen die Texans, auch die 49ers haben minus 9,5, also sind knapp 10 Punkte Vorsprung. Auch das kann man komplett verstehen. Ich komme wahrscheinlich am Ende nochmal drauf, warum ich denke, dass hier irgendwie am allerersten ein Upset möglich wäre. Aber nicht umsonst sind die 49ers, ich habe nachgeguckt, irgendwie PFF, Defensive und Offensive, Platz 1 oder Platz 2, je nachdem, was man nimmt mit dem Power-Ranking, sind ziemlich stark. Und was ich richtig krass finde, nicht nur Christian McCaffrey, sondern auch Ayuk, Samuel und Kittel haben alle in der gesamten Saison über 1000 Scrimmage-Yards gehabt. Und das ist echt eine Ansage. Also ich meine, CMC war komplett gesund. Wer ist zwischendurch, ist, glaube ich, Samuel ist, ich glaube, ein, zwei Spiele ausgefunden. Genau, und Dibu war draußen, genau. Ja, Dibu war draußen, Ayuk auch. Und für mich komplett underrated dieses Jahr ist irgendwie der Kittel-Schorsch, wie Detti sagen würde. So, und also allein die vier Leute zusammen als Pass-Empfänger für Purdy, um einfach mal wieder so einen offensiven Haken hinter die, warum sind die denn Nummer 1 oder Nummer 2 Offense? Ja, weil da halt eben auch Leute gesund rumlaufen, die ordentlich was auf dem Kerrpols haben, wenn es darum geht, Bälle zu fangen und vor allen Dingen auch Kittel, irgendwie Yaks zu machen, Yards after Catch. Der Junge hat mich dieses Jahr, und ich habe es gar nicht auf den Schirm gehabt, der Junge hat mich komplett irgendwie in den letzten Wochen von hinten eingeholt, weil ich irgendwann mal dachte, ja, was ist der mit dem eigentlich? Ja, nee, der performt, was ist es, Top 3, ähm, Tight End oder Top 1, 2, 3, ähm, Tight End, wie auch immer. Ist auf jeden Fall ziemlich stark, was die da haben, an Leuten, die Bälle fangen und auch laufen können. Ja, genau. Also der ist für mich so Tight End-mäßig, also ich habe es auch am Anfang so gar nicht wahrgenommen. Ich hatte so immer noch Kittels letztes Jahr in Erinnerung, wo er ja eher so ein bisschen, ja, da lief es nicht so richtig rund für ihn, würde ich sagen. Das ist so ähnlich wie bei Kelsey jetzt dieses Jahr, es war auch nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Nicht so das, was man erwartet hat, aber so dieses Jahr sind Kittel und Sam Laporta von Detroit eigentlich die beiden Titans, die du da ganz weit vorne, finde ich, sehen musst. Ein Debo Samuel, den haben sie halt schmerzlich vermisst in diesen drei Wochen, diese drei Spiele, die sie im Laufe der Saison vor der Bayweek verloren haben. Da war Debo, glaube ich, draußen, das hast du dem Spiel auch echt angemerkt, dass das überhaupt nicht gut gewesen ist, dass der nicht dabei war. Und der ist ja halt für diese ganzen, ich sage jetzt mal, ja, End-Arounds, Sweeps und keine Ahnung was zuständig. Und Ayuk ist ja einer, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da haben wir am Anfang der Saison oder im Laufe der Saison drüber gesprochen. Der hat ja seine Catches, die der gemacht hat, waren damals irgendwie gefühlt nur für First Downs oder für Touchdowns. Also nur die großen Dinger. Ja, aber das, wie gesagt, das ist ja ein, das ergänzt sich ja alles so wunderbar. Naja, und dann hast du jemanden wie mit CMC, jemanden, der überhaupt gar nicht ausrechenbar ist, den du immer so als Joker nochmal oben drauf wirst, blockt der, fängt der, läuft der. Genau, aber der ja dieses Jahr gar nicht so viel im Passing-Game machen musste. So in Carolina war das ja so, wir hatten in einer von unseren Sendungen ja auch schon mal angesprochen, dass er in Carolina ja mal eine Tausend- und eine Tausend-Saison hatte. Also Tausend-Jutsch-Receiving und Rushing. Das braucht er in San Francisco gerade. Wie viel hat er jetzt gesagt? Zwölfhundert und vierhundert oder sowas? Nee, fünfzehnhundert irgendwie sowas, glaube ich. Also fünfzehnhundert Rushing, glaube ich fast. Ach so, okay, okay. Aber unter zweitausend vorm Scrimmage insgesamt, oder? Ja, ich weiß es nicht genau. Also, ich guck mal. Also, vierzehnhundert, fünfzehnhundert oder so. Ja, ist schon krass. Ja, aber auch da wieder, also das, was wir schon hatten, allein die Tatsache, dass deine Gegner sich darauf einstellen müssen, was passieren könnte, dass du einen Christian McCaffrey hast, ist ja immer, dass immer irgendwer mit einem halben Auge drauf sein muss. Und das genauso wie gute Defensive-Spieler, die dann halt auf einmal gedoubleteamt werden und dann eine scheinbar schlechte Saison haben, wo man aber hinterher sagen muss, naja, 80 Prozent der Snaps, die er gemacht hat, da wurde er double teamed, da kann er halt nichts machen. Deswegen hat er weniger Sex, deswegen hat er weniger Pressures und deswegen hat er weniger Spielanteile oder Tackles for loss. Und dafür sind aber dann zwei von den Verteidigern gebunden an einen, wodurch dann andere Leute frei werden. Und so ähnlich sieht man es bei, ist ein absolutes Mismatch, positive Mismatch für die 49ers. Genau, also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Tausendvierhundertneunundfünfzig Rushing Yards und fünfundentvierundsechzig Receiving, vierzehn Rushing Touchdowns, sieben Receiving Touchdowns. Ach, das war doch das Ding, dass sie eben, dass sie beim letzten Spiel auch nochmal unbedingt irgendwie zwei, drei Runs haben musste, um über die, ja, okay, gut. Was ich noch ziemlich beeindruckend fand, als ich drauf geguckt habe, San Francisco durchschnittlich fast 29 Punkte pro Spiel und auf der anderen Seite nur 17,5 Punkte zugelassen. Also das ist so an beiden, also alle Stats, witzigerweise, die man findet und unterstreichen, ja gut, natürlich, sonst wäre es auch im Endergebnis nicht so, aber unterstreichen diese extrem gut funktionierende Defense und die extrem gut funktionierende Offense. Wenn wir dann auf der anderen Seite gucken, wo die Packers stehen, dann ist es in der Offense Nummer neun, in der Defense aber in der Nummer 21. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und das ist so eine Sache, wo ich dann, wenn ich mir die Offense angucke von den 49ers, so ein Stück weit doch sehe, aha, okay, ja, irgendwo muss der Point Spread mit minus neuneinhalb Jahr herkommen, weil die Packers eben, ich glaube, mindestens ein Jahr ahead of schedule sind mit all den Rookies als Passempfänger, mit Jordan Love als nicht wirklich Rookie, aber wirklich in seiner ersten vollen Saison, dass man da sieht, ja gut, irgendwo müssen in diesem Team Lücken sein, sonst wären die 49ers halt einfach nicht so krass überlegen mit neunhalb Punkten. Aber ich glaube, dass der entscheidende Faktor ist halt, und das haben sehr viele Green Bay Fans, die man, wenn man sie auf Twitter oder in den sozialen Medien generell verfolgt, während der Saison ganz oft geschrien, das ist der Defensive Koordinator der Packers. Der hat in den letzten zwei, drei Wochen hat er das ganz gut in den Griff gekriegt, aber was Joe Barry da, mir fällt da zum Beispiel das Spiel gegen die Carolina Panthers ein, wo sie richtig Punkte technisch einstecken mussten und der gerade wirklich auf dem allerletzten Atemzug das Ding gewonnen haben, da geht ja auch gefühlt jeder davon aus, dass Barry nach der Saison weg ist. Das erklärt für mich halt wirklich, warum die Defense nur 21 overall ist. Das ist so, und gegen ein Team wie San Francisco, das halt wirklich auch die Firepower mitbringt, da könnte das durchaus sein, wenn das so für mich, wenn wir über Key Factor sprechen oder was auch immer, was das Spiel angeht, denn die Defense von Joe Barry, wenn der da keinen vernünftigen Gameplan hin zaubert, dann wird das für Stolle und alle anderen, die es mit den Packers halten, glaube ich, ein sehr ungemütliches Spiel Samstagnacht. Naja, du kannst halt darauf hoffen, dass deine Offense auf der anderen Seite Gas gibt, mit Jordan Love und all dem, was du so ... Muss sie, muss sie. Genau, ja. Ich meine, es klickt ganz gut, du hast irgendwie Jordan Love, Romeo Dubs, dann Aaron Jones. Ich glaube, Aaron Jones, dieses ... Nee, ich habe jetzt gar keinen Step parat, aber unheimlich viele gute Spiele, vor allem, ich glaube, in den letzten vier, fünf immer 100 Yards from Scrimmage gemacht. Genau, ja, war aber lange verletzt vorher, ne? Ja, ja, genau, ja, absolut. Also, da musst du auf jeden Fall auch wieder dieses Perfect Game pitchen. Und in der Defense dann, da brauchst du halt wirklich einen Sahnetag. Also, da musst du ... Das ist die andere Sache, ne? Also, wenn die noch weiterkommen wollen, dann müssen da jetzt irgendwie zwei, drei Spiele ... Wie viel sind es noch maximal? Ja, es müssten zum Superbowl-Gewinn drei perfekte Defense Games dabei rumkommen. Dann wird sicherlich auch der Barry bleiben dürfen. Sieht man jetzt aber wahrscheinlich nicht so. Also, das wäre ... Also, das ist, wo du gerade schon bei Key Matchup warst. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die Run-Defense ist nur Nummer 18. Und das ist ... Da weiß ich nicht, was der Herr Barry machen möchte. Totblitzen ist nämlich auch nicht unbedingt so das Allheilmittel gegen alles. Auf gar keinen Fall. Aber das wäre für mich eines der Einfallstore. Und das muss man dann ja auch sagen. Auf der anderen Seite, da ist ein Shanahan dann ja zumindest bis jetzt komplett gnadenlos. Dann wird das Pferd halt einfach totgeritten. Und dann reicht das halt auch einfach fertig. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ... Du hast es vorhin schon angesprochen. Die beiden, Shanahan und LaFleur, die kennen sich schon seit vielen, vielen Jahren. Haben auf diesem famosen Washington 2013er Staff zusammengearbeitet. Und das ist ... Aber auch in den Playoffs, wenn die Packers auf die 49ers getroffen sind, da hatten die die 49ers bisher immer so ein bisschen die Nase vorn. Ja, das ist ungefähr so, wie das bei McVay und Shanahan ist. Genau. Man merkt schon, dass Shanahan der Shanahan-Sohn ist und die anderen nur Freunde von den beiden Shanahan. Ja, genau. Zumindest ist es bisher so. Und, also wenn ich jetzt irgendwie von einem Schritt draußen einkomme, von wegen Key-Match-Ups, Shanahan kennt Playoffs, Shanahan kennt Superbowl-Situationen, Purdy kennt zumindest auch ein bisschen Playoffs aus dem letzten Jahr, hat mehr Erfahrung. Und wir haben es gehabt, CMC, Hugh, Samuel, Kittel. Ich glaube, allein diese Erfahrungsfaktoren kannst du nochmal als Prozentpunkte obendrauf packen. Also sei es allen gegönnt, die sagen, dass die Packers irgendwie auch reif sind und wir ja auch sagen, richtigerweise irgendwie dann auch mit dem Sieg über die Cowboys in der zweiten Runde sind. Aber Jordan Love, erste Mal Playoffs, die ganzen anderen, die da rumlaufen, nicht großartig Playoff-Erfahrung. Ich glaube, das spielt dann noch eine Rolle. Die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte, ist so eine Frage, die ich habe, ist, wenn die Packers es schaffen, relativ lange, und damit meine ich so bis ins zweite Viertel hinein, das Ganze offen zu halten, also vielleicht auch mal ein 3-and-out oder es steht nur 3-3 und man sieht, dass die Defense ein bisschen hält. Glaubst du, dass die 49ers dann ein bisschen nervös werden? Also weil das ist definitiv kein Roster, was noch in der Entwicklung ist, wo man sagt, oh, dann kommen die halt nächstes oder übernächstes Jahr wieder, wie wir es bei Houston haben oder wie wir es auch gleich bei den Lions oder eben bei Green Bay haben. Meinst du, das spielt eine Rolle? Und da ist dann eben das Levis-Stadium, das Jeans-Stadium, nicht irgendwie so eine Heimvorteil-Hölle, wie du es bei den Bills hast, wie du es bei den Lions jetzt hattest oder wie du es bei den Chiefs hast. Ja, das schon. Also ich bin eh kein, also ich finde das Stadion optisch halt ultra hässlich. Schrecklich, schrecklich. Also mit dieser riesengroßen Glaskiste da auf der einen Seite, ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat, absolute Katastrophe. Und ja, das ist, genau, das wird kein Faktor sein, aber ich glaube halt wirklich, du hast es schon angesprochen, dass du da wirklich Veteranen da drin hast auf Seiten der 49ers. Ich glaube, die wissen schon, worum das für die geht, weil dieses Roster wirst du so nicht zusammenhalten können auf Dauer. Willst du auch einfach nicht, es bricht der dann auch wirklich mal sprichwörtlich irgendwann auseinander, ne? Ganz genau. Genau, aber ich traue dem Schenner hin, dem traue ich das eben auch zu, dass er seine Jungs da so einstellt, dass die da dann eben nicht nervös werden. Haben sie auch keinen Grund zu. Also mal ganz ehrlich, die Leistung, die die 49ers gezeigt haben in der Saison, die spricht ja absolut für sie. Und auf der anderen Seite darfst du eben, klar, das ist auch wieder so, ähnlich wie beim Matchup der Texans und bei den Ravens. Green Bay hat doch nichts zu verlieren. Die kommen da als Seventh Seed, keiner erwartet von denen, dass die wirklich was reißen. Das ist ja dann, du kannst ja wahrscheinlich auch befreit aufspielen, aber ich glaube, wenn es dann wirklich zu so einem Shootout kommt, da habe ich dann immer noch so ein bisschen die 49ers doch noch deutlich vorne, ne? Ja, klar. Wie gesagt, also die minus neuneinhalb kommen nicht von ungefähr. Machen wir hier auch wieder, zehnmal wird das Spiel gespielt, wie oft gewinnen die 49ers, wie oft gewinnen die Packers? Da würde ich sogar auf acht, zwei gehen. Ja, gehe ich genau mit. Also 80 Prozent Win Probability für die 49ers. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay.